Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng hat gerade erst im Interview mit Bild sein Liebesaus bekannt gegeben. Er und die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin Kaja Lennart gehen fortan getrennte Wege. Doch wie sah sein Liebesleben vor der GNTM-Beauty aus? Die wichtigste Partnerin dürfte wohl Shirin Senla sein. Das Paar hat sich im Alter von nur 17 Jahren kennengelernt und hat zwei gemeinsame Kinder, die im Jahr 2011 zur Welt kamen. Darüber hinaus waren sie sogar verlobt. So richtig klappen wollte es am Ende aber dann wohl doch nicht. Im Jahr 2012, rund um die Fußball-Europameisterschaft, gab es dann sogar Gerüchte, dass der Profikicker mit Gina-Lisa Lohfink angebändelt haben könnte. Details sind zu dem Thema aber nie ans Tageslicht gelangt. Die letzte bekannte Dame an der Seite des FC Bayern München-Verteidigers war Rebecca Silveira. Mit ihr war Jérôme Boateng liiert, bevor er mit der GNTM-Schönheit Kaja Lennart zusammenkam. Die Beziehung hielt rund ein Jahr und drei Monate. Die Beziehung mit der GNTM-Schönheit Kaja Lennart zum Bauch-Tipp. Die Beziehung mit der GNTM-Schönheit Kaja Lennart zum Bauch-Tipp. Vielen Dank.